Ah, hoi Leute und willkommen zurück zu Grimdor mit Chantal und LaFishy, wieder mal im Underground Transit, äh, im Wardens Keller, Laboratory, whatever, und, äh... Du läufst gegen die Wand. Ah, jetzt nicht mehr. Nein, hier können wir nicht, okay, das heißt, ich muss ein bisschen außen rumlaufen. Hier ist mein Spiel übrigens sehr oft abgestürzt. Hidden Laboratory, okay. Das ist übrigens das nächste Portal. Wie jetzt alles nur noch in diesem einen unterirdischen Keller ist? Journal of Inquisitor Creed, 5. Entry. Hab ich. Beide aufgesammelt, ich lege sie mal beide schnell. Okay, jetzt haben wir alle Entrys. Ach, das bist du. Ja, das bin ich. Ich hätte dich gerade fast angenehm. Ich hab, wir haben dafür Erfahrung bekommen. Ja, 250. Die Hunde sind auch böse. Ja, ja, geht. Okay, du stehst bei mir an der komplett anderen Stelle und machst ihn kalt. Okay, gut. Ich hab jetzt ein bisschen geschlafen, vielleicht aktiviere ich sich das mal schnell. Äh, hier war... Hier mal was versteckt, ich weiß gar nicht. Erst mal die Dings drehen, damit ich hier wieder schon was sehen kann. Oho, fast gestorben mit einem Schlag. Kann ich kaputt prüfen, leider. Nicht die Schlage werden die wieder aktiv. Also dann wissen sie wieder, wo sie sind. Reanimator, der ist der Pisser, ist tot. So, haben wir die auch erledigt? Mh. Was? Lecker Schmecker, du rennst bei mir schnell auf die Stelle. Was, jetzt wieder. Wie? Du rennst bei mir auf die Stelle. Und hier ist eine Notiz. Wo? Da, an dem Schrein lag die. Achso. Erst mal gelesen. 300 Erfahrungen dafür. Ja, oh mein Gott. Ah, wie schnell sind die? Ich treff grad nicht. Hinter dir kommt noch ein Hündchen. Nein, hinter mir nicht. Bist du denn? Bin tot. Achso. Aber hinter dir wäre ein Hündchen gekommen, wärst du noch. Ja, und dann war ich tot. Wo nicht vom Hündchen. Machst du ein Portal? Ja, ist auch. Alter. Äh. Ja? Bin ich jetzt durch meins gegangen? Also bist du nicht da, wo ich bin. Nee, ich bin noch durch den Alters gegangen. Das aktualisiert sich dann nicht. Okay, hier hinten können wir noch schnell gucken. Hier haben noch Drextierchen. Scheiße, bin ich müde, ey. Jetzt bin ich müde. Ja, wo bist du? Ich bin nach unten links gegangen und hab jetzt hier die... Ja, noch weiter nach da und da ist ein kleiner Durchgang, weil das hatten wir nicht angeguckt. Merkt man kaum. Was? Dass wir hier noch nicht waren. Ich glaube übrigens, ich werde mir ein bisschen leiser. Weil ich immer weiter vom Mic abrutsche. Ich kann auch vom Mic abrutschen. Ja, mein Stuhl rollt immer weiter nach hinten, weißt du? Sehr gut. So, und hier ist nichts mehr. Und wir haben jetzt... Also ich hab jetzt nur 13 Tränke. What the fuck? Ich hab 9 Tränke schon verbraten. Ich hab nur noch 4. Und ich hatte das vorher 10. Ich hatte diese Klarritte, die man nicht laufen sollte. Wer läuft durch? Du. Du hängst bei mir schon wieder irgendwo in der Gegend fest. Wieso? Boah, wie nervig. Keine Ahnung, warum. Das war die Wand. Okay, jetzt stehst du bei mir an der Wand. Weshalb hab ich gegen die Wand geworfen. Wieso? Hast du an die Wand geworfen? Oh, das Spiel hängt zwischendurch. Weil du bei mir vor der Wand standst und gegen die Wand geschlagen hast. Und ich dachte, da wäre die Tür. Dann hab ich gegen die Wand geworfen, weil da keine Tür war. Ach, 400 HP. Ob ich einen Tränke nehme? Na. Noch nicht. Boah, Schmarrn. Wicke. Äh, ne Kiste ist hier vielleicht noch ein Durchgang. Tonne auf Mending. Ich hab hier einen neuen Tränke. Sehr gut. Ich hab erst einen einzigen Tränke gefunden in dieser Aufnahme. Ist das gut? Fuck this shit, nope. Fuck this fucking nope. Ich muss schreien. Second Entry. Ich hab verwirrt. Gott, Alter. Ich hab, ich hab grad... Stammbild, Stammbild, Stammbild. Oh mein Gott. Ich hatte auch grad kurz Stammbild, Alter. Ich hab grad 28 FPS da oben. Ich bin tot. Fast. Fast. Ich weiß, wie viele Feinde sind das bitte? Alle. Mann, ich hab so viel Damage... Ich hab grad 1000 Schaden Damage auf das Heim, glaube ich, bekommen. Nein, nicht ganz, aber... Ich bin tot. Was? Ich glaub, das können mit dem 7-Motor doch noch was werden. Ja, also Freddy meint, ich krieg so um die 500. Ich sag, ich krieg so... ...um die 300. 200 bis 300. Warte, möchtest du doch wieder hoch auf 700? Nee, ich glaub 500 reicht. Ich hab ein paar Tage übrigens jetzt aufgemacht, also... Danke. Jetzt? Ja, ich bin grad ein bisschen beschäftigt mit, äh... ...em Kreis drin und Gegner an Ausweichen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht sterben möchte. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wenn ich aber keinen Trank lohnt sich nicht. Da ist grad einer bei mir aufgestanden. In der... ...in diesem Stehvorgang... ...ist er zerfallen und seine Knochen standen dann nur noch rum. Nice. Das sieht ziemlich cool aus. Ach ja, bisschen rot im Bildschirm. Hast du die zweite Notiz schon mitgenommen, die hier lag? Nein. Oh. Oh. Da liegt bei mir auch keiner. Die war hier vorne... Wo waren die? Da war die vorher schon. Ich glaub, die war da oben, bestimmt, ja. Oh, fast gestorben. Scheiße, wie sie spawnen da immer neue? Weil hier wahrscheinlich irgendwelche Reanimator sind oder sowas. Oder die Overs hier können auch welche spawnen. Oh fuck you. Ich hab keinen Trank mehr übrigens. Ja, du hast die ganze Zeit schon keinen. Ich hatte fünf wieder gekauft. So. Nice. Jetzt hab ich keinen mehr. So, jetzt haben wir den Raum aber gecleatet, glaub ich. Hier ist die Notiz. Die hab ich grad noch schnell geholt. Da hast du bei mir keine Notiz. Äh? Ah, ich hab da automatisch die Tour gekriegt, als du sie genommen hast. Oh Gott, da ist ein Boss. Zwei Schläge, ich war down. Ist das ein Boss? Äh, nein, der Boss hat dich nicht geschlagen. Du wurdest grad von Rotting Soldiers getötet. Okay. Machst du ein Portal? Äh, steht noch da an der Stelle. Ich glaub, das ist gut, wenn du da spawnst und nicht in den Gegnern jetzt. Meinst du? Da musst du nur eine Treppe hochlaufen. Okay. Ich hab übrigens ja das unbequeme Headset auf. Das ist übertrieben unbequem. Oh, das unbequeme Headset ist unbequem. Aber ich hab ja ab nächstem Monat ein neues Headset. Sicher? Also kein Headset, aber ein neues. Neue Kopfhörer. Ja, sicher. Das hat ziemlich geile Kopfhörer. Okay, einfach auf den Boss los. YOLO. Ich muss erst mal platt machen, was drumrum ist. Ich bin fast tot. Wie gesagt, einen hitt ich mir fast tot. Also das geht gerade, der ist der Betrayed. Das ist der, von dem die Notizen hier auch stammen. Okay, das ist ein unsichtbarer Gegner. Das ist natürlich fair. Normal. Ich hacke ja auch richtig hart von hinten drauf, alter. Final Entry. So, falls das jemand lesen will. Hier, Moment mal. Eins. Ja, oh man, nein. Und drei. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ich werde es allgemein nicht vorlesen. Das ist mir zu viel. Ja, ich habe ja Witcher dazu entschieden. Ich lese es vor. Und das war Fehler. Ja. Weil es gibt noch so viele Bücher an Witcher. Glaubst du nicht? Na, es hängt, danke. Oh, umf. Weil mal explodiert alles um mich rum. Was? Was? Was ist denn das zum Flammenwichser? Ich glaube, das erste Spiel ist noch nicht abgestürzt. Ist schon mal... Ich habe mich schon verweißert. Das war nicht gewollt. Das hängt schon wieder. Wieso? Keine Ahnung. Das fühlt sich an wie Internet-Lags, ja. Ja. Aber zwischendurch steht das ganze Spiel einfach still. Und ich kann mich trotzdem noch bewegen und angreifen, ne? Oh, Marsch. Also, an meinem Internet kann es nicht liegen. Ja, danke. Es steht schon wieder. Und er hat erst mal richtig weit weggelaufen, weil ich Angst hatte vor dem da. Ja, der ist auch richtig krass eigentlich, also. Ja, der haut mich mit einem Schlacht tot. Mich nicht. Du hast ja tausend Leben mehr als ich. Ja. Aber das ist auch gut, so. Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Geheimnis für die Wand wieder oder so. Beim Weglaufen gestorben, wegen dort. Richtig nervig. Ja, man. Und ich habe schon richtig viel Giftresistenz und alles. Gar kein Giftresistenz. Machst du total? Ist in allen Gegnern dann drin, aber ja. Hm. Ich schlag dir ab, ich geh jetzt halt mit meiner Schilds dann. Na, was? Ich muss nur ein Fenster putzen. Sehr gut. Nein. Ich muss nur ins Bettchen gehen. Oh mein Gott. Wie solltest du, was in Angegnern drin? Na, danke. Es steht schon wieder. Okay, da hinten kann man dann irgendwie eine geheimliche Dinges. Sollten wir erstmal hier. Oder da. Oh, du gerade. Oh, ich bin nicht gestorben. Ach, da bin ich gestorben. Es steht schon wieder alles. Freddy, lädt dein Papi irgendwas runter? Nein, eigentlich nicht. Es steht alles immer noch, übrigens. Jetzt hast du mich verlassen. Oh. Loss connection to server. Okay. Nicht so cool. GD. Ach ja. Ich würde jetzt minimieren, aber gerade nicht in der Aufnahme. Das ist doof. Wieso willst du minimieren? Ja, um zu gucken, was im Hintergrund an ist. Ach so, ich dachte, du willst Google mal kurz anfangen. Ja, der Portal ist offen. Okay. Das seltsam. Ich will übrigens Tiere spülen. Ja. Bin wieder da? Hä? Ich hab ein paar Tage aufgeschrieben. Du läufst dann hier wieder gegen eine Wand und das hängt schon wieder. Genau, das wollen wir kurz die Aufnahme pausieren. Ja, wir pausieren mal eben die Aufnahme. Wahrscheinlich ist der Part eh gleich zu Ende. Bis dann. Ciao. Ciao. Dann lohten wir noch ein bisschen.